Jolie Leute hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu am Mord des Lieb um ja und ich habe mich noch im letzten Part beschwert dass mich nichts verfolgt nur und jetzt verfolgt mich irgendwas ein Baum Mensch und um wir wollen hier jetzt mal weitermachen gehen irgendwie verloren wir müssen wir müssen hier das Schloss öffnen zack nein 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 nicht da rein nicht da rein mach auf die beschissene Tür ey so nice was no Mensch fuck you no das ist ist es irgendwas im Wasser something in the water ähm ja 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 jetzt haben wir es doch jetzt haben wir es doch ganz gut geschafft ne kommt da hin ja der kommt hin nein 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 und da hin taille komm schon blöd der Psa ey hua Fuck you. Verdammt, der hat mich fast erwischt, glaube ich. Der Baummensch. Ja, er wird gespeichert, das ist gut. So, jetzt haben wir es doch geschafft, ne? Jetzt haben wir es doch geschafft. Zack. Schönes Bild. Okay, hier sind die Erinnerungen, aber kriege ich hier auch ne Erinnerung oder muss ich hier erstmal nicht durchkämpfen? Oh, ich muss mich durchkämpfen. Na gut, der Spiel speichert schon mal. Kann ich hier drunter klettern? Ja, klar. Ich glaube, ich werde mich jetzt... Ich werde hier jetzt krabbeln. Zack. Das ist überhaupt nicht cool, wenn die Mucke so verläuft. Wo muss ich denn hin? Wow, Mensch. Bist du? Hau ab. Hau ab. Also, da unten drunter sieht er mich nicht. Oder was? Was ist das? Eine Bibliothek oder was? Hier durch? Oh, da, da läuft doch was. Da hinten läuft er, oder? Ne, da ist Wasser. Das ist einfach nur Wasser. Fuck. Fuck, 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 fuck. Also, wenn hier die Mucke so... so spielt... Ey, komm ich doch nicht drüber, ey. Da ist Wasser. Das ist einfach... Du musst mir irgendwas überlegen, wieder. Ach, hier. Was musst du mir denn überlegen? Hier, einfach... Einfach hier, zack. Komm, krabbeln wir. Woher kommt der? Habe ich jetzt verloren? Verdammt. Ja, ey. Was muss ich denn machen? Continuo. Ja, wieso hat er mich denn jetzt erwischt? Hier fang ich wieder an. Okay. Wieso... Wieso hat er mich denn da erwischt? Der war doch gar nicht da. Missgeburt. Der Baummensch. Du bist in der blow. Ich weiß, was ja von der Underwscheide. Ey. Schwarzwäckf. Wow. Wow! Das ist hier. Was ist jetzt auf Kiza? Was ist das, Dory? Uuh, ich weiß nicht, was ich nicht versteckte. Aber wie hat er mich denn letztes Mal da erwischt, ey? Das ist mies Vieh. Was ist das? Was ist das? Auf! Was ist das? Was ist das? Schnell! Kein Plan, wo ich hin muss. Aber ich bin ja schon mal auf der anderen Seite. Muss ich da hinten hin oder nicht? Vielleicht. Vielleicht. Nein. Doch, nein, nein, doch. Ja, shit. Wo ist das hier? Der ist, die Mucke, die wird wieder lauter. Der ist hier. Ich muss. Es ist besser, wenn ich den sehen würde. Muss mal Bierchen trinken. So, hilft beim Nachdenken. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Da bin ich... Ich weiß nicht. Chères Wiedeln. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Vier, die Dämasen sind. Oh ja. Hier, zack! Am Arsch! Am Arsch, bitte! Hey, guck mal woanders, Junge! Jetzt wird er sich wieder verdrückt. Jetzt können wir hier unterm Bett. Aber... Ich muss den Stuhl wegbewegen, gell? Zack! So sieht's aus. So sieht das aus. Ah, it's your book. Listen! They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out or they'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Komm, gib das Buch her, Mami. Ah, da ist das Loch. Da ist das Ruhe, mein ich. Schnell! Und los geht's! Juhu! Loading! Hm. Hm. Viel Bier hab ich nicht mehr. Scheiße! Und wir sind wieder da. Du sagst es, Junge. Ich bin so glücklich, dass wir ihn zurückbekommen. Du sagst es, Junge. Ich habe Angst, dass etwas mit uns passiert. Wieso läuft es wieder frei? Komm her! Komm, du hier! Ich habe nie etwas wie es gesehen. Ein Kind sollte nicht durch das gehen. Na, wenn du sagst. Es wird so schön sein, wenn wir mit dem alles durchgehen. Und wir können zusammen spielen. All die Zeit. Klar. Bin ich voll dabei. Und noch so ein Ding geschafft. Zack. Und da rein. Ach ja. Ja. Ja, Leute. Der Timer würde in drei Minuten klingeln. Komm, dreh. Mann. Ja. Wir haben sehr nahe zu ihr. Ich kann es fühlen. Oh, sie muss sich sehr über dich auf dir zu sein. Ja. Let's start the fuck this ausschaut. Ich glaube, wir haben keine anderen Wahl. Können wir sich sehen, wo es uns folgt? Ich bin bereit, wenn du bist. Klar, ich bin auch bereit. Ja, ich glaube, ich werde jetzt gleich eine kleine Aufnahmepause machen, aber vielleicht zog ich da auch durch, ich weiß es schon. Loading! Ich guck mal, also der Timer würde in zwei Minuten klingeln, dann würde man wieder dieses dämliche Geräusche hören, was dieser Timer macht. Ja, wird gespeichert. Ja, Leute, ich denke mal, ich werde jetzt hier einfach mal Pause machen. Ja, ich werde hier Pause machen, ich werde meine Videos überprüfen, ob sie alle in Ordnung sind und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, macht's gut und bis gleich. Tschüss, Leute.